Hallo, hier ist wieder euer Hessemanni. Ich muss euch mal was erzählen. Jeder von euch, egal wo es hingeht, wird immer von Big Music erzählt. Jeder hat so ein Radio, so ein Fernseher, so groß, alles. Ich habe auch ein Fernseher. So ein kleiner, tragbarer, mit Griff, mit so Antennen zum rausziehen. So ein Schwazweil, macht schönes Bild, wunderbar. Ja, Radio, jeder sagt Radio, Soundanlage, CD, USB, 3,0 und alles, was so ein Scheiß ist da. Ich habe noch so ein schönes Coverradio, so groß, wunderbar. Perfekt, mit Kassette. Ja, ich habe sogar einen roten Knopf drauf, weiß man was das ist. Der rote Knopf, ganz einfach, der rote Knopf ist dafür, dass ich selber aufnehmen kann. Rote Knopf, Rekord und Play drücken, kannst du aufnehmen. Wunderbar. Ja, die alten Sachen sind nicht so schlecht. Das neue Zeug, ihr werdet nur wahnsinnig damit. Wahnsinnig, ja. Mit Blue Light und all so ein Krempel braucht kein Mensch. Es muss funktionieren. Ja, genau. So ist auch mit der Schwiermutter, ja. Was habt ihr alle? Ihr habt eine neue Schwiermutter. Ja, eine neue. Eine neue. Ja, wisst ihr, was das ist eine neue? Wenn ihr ein Mädchen habt, die erst zwölf und halb ist, ist klar, dass die Schwiermutter noch nicht alt ist. Bei mir ist das andere, ja. Magabi zum Beispiel, ja, die ist 58,5. So. Der hier Mutter, ja, ist ja mal Schwiermutter. Das ist keine alte. Nein, das ist eine ältere. Eine ältere Dame. Älter, schlauer, besser. Und vernünftig. Bei dir gibt es nichts. Geh Uschi? Dich meine ich. Ja, genau. So ist es. Ja. Und so ist es. Alte Sachen sind nicht schlecht. Nein. Aber wenn ihr meint, ihr braucht das nicht. Graf den neuen Müll, ja. Und dann habt ihr es. Also, bis dann. Ich verabscheue mich. Euer Esamani. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.